Guck mal, jetzt greift doch der Typ an. War das bei einem Bucky? Kann das sein? Dass deswegen Wilhelm nicht angegriffen hat? Komm schon. Ich muss echt aufpassen, dass die mich nicht erwischen und mich nicht aussaugen. Also scheinbar kann man Vampire auch aussaugen, weil sonst hätten die mich nicht aussaugen können. Hallo? Kann ich? Warum kann ich die nicht aussaugen? Kann ich die nicht aussaugen? Kann ich jetzt? Kann ich die jetzt aussaugen? Hallo? Das muss doch irgendwie gehen, oder? Ach. Alles klar. Dann nutzen wir die mal mit den Zähnen aus. Dann kriegt er sie. Äh. Kann man... Ich kann nicht feeden mit... Okay. Also mit ihm geht's gar nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich. Also mit dem anderen Typen können wir gar nicht mehr gehen. Okay. So. Dann gucken wir mal. Oh, Alter. Jetzt kriegen wir aber von allen Seiten reingezogen, ne? Ja, komm schon. Ja, dann feed es auf den Abstand. Ja, dann feed es auf den Abstand. Warum bin ich hier zu fern? Ja, komm schon. Ja, dann feed es auf den Abstand. Komm, fähig hier zu fern? Wie hast du dich denn da durchgebackt, du Arschloch? Ne. Äh. Okay. Okay. What the fuck, ne? A little bit buggy, okay? Hat keiner gesehen. Und wir können auch hier diese Sachen nicht aufsammeln, weil die Klickerei auch ein bisschen buggy ist. So. So. Das haben wir schon gehört. So, weiter geht's. Achso, hier. Komm schon. Komm. 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 das bracelet ist ja auch nicht also doch da so schwer manchmal zu treffen okay aber jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus und so so was ist das eigentlich was bedeutet das okay wir lutschen ihn einfach komplett aus oder dann ist ruhe so gibt es hier noch irgendwas zu einsammeln können hier war das mit dem jetzt jetzt kriegt das hin so weiter geht's aber das warte wilhelm sieht scheiße aus wir müssen mal ein bisschen helfen ich glaube warte mal hili hili so das gut du gibst ihm jetzt mal ein paar potions und die ratten die kannst du auch haben hier snack dir okay und ich wollte wissen okay der schlechter alles klar und weiter geht's das hat besser geklappt als letztes mal so so und was liegt hier noch gar nichts mehr okay wo ist ein antidote gut eigentlich und ich habe es immer mit dem gut einer rein ne willhelm kannst du den natürlich nicht willhelm kriegt nix alleine so Schwierig. Ehrlich. Man kann hier nichts anklicken, richtig. Okay, hier war sonst nichts. Dann schauen wir mal weiter. Oh, zur Falte. Was geht denn jetzt ab? Hallo, hallo, hallo? Das war aber jetzt ein bisschen krass, ne? Na da, guck mal. So, die gebe ich wieder dem. Weil er ja nicht trinken kann aus irgendwelchen Gründen. Oh, ist ja schwer. Man kann hier nicht richtig klicken, ne? So, komm schon. Na. Na. Wie ist denn der weggelaufen? Das ist doch noch so viel. So. Du. Ein Heili. Da ist noch eine Watte befinden. So. 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 So ein bisschen Geld. Ich muss erst mal stehen, bevor ich hier irgendwas einsammeln kann, vernünftig. Okay. So, das haben wir. Du kannst noch mal die Rote flessen. Wow. Wir haben eine Schraube für dich. Komm und weh es. Jetzt sind die Strip-Lette. Die großen Drogen, die zu schrauben. Was ist denn, was ist denn die Fähigkeit genutzt? Okay, gehen wir hierher. Sollt ihr uns nicht von euren Seiten anhalten? Sehr gut. Jetzt macht er sich auch mal wirklich nützlich, ne? Ein seltenes Weltwunder. So, hier ist ein Hähnchen. Den kriegt er gleich. Haben wir den aufgesammelt jetzt oder nicht? Ich glaube schon. Ich muss gleich noch mal ne kurze Aufnahmepause machen. So, da ist noch. So, da ist noch ein Hähnchen. Was ist denn los? Treffen wir den? Er läuft einfach weg, und dann trifft man ihn nicht. und ein bisschen silber gut so was wir jetzt machen ist einmal schauen was wir geben kann das bekommen wir sehr schön dann würde ich jetzt mal sagen machen wir eine ganz kleine aufnahme pause und dann bin ich gleich wieder für euch da ist gleich da bin ich wieder so dann gehen wir mal weiter voran war hier unten was wahrscheinlich oder ja die nehmen wir mit ich verstehe es nicht also manchmal hast du keinen platz im inventar irgendwas ist ganz komisch hier und der klopft sich da alleine durch auch kein problem gar klopft nicht mal der andere typ überhaupt ich bin tot. Und der wird ausgesorgt. Das ist ja so semi-optimal gelaufen, ich mein. Alter, dieses Spiel, ne? Irgendwas ist damit nicht in Ordnung. What the fuck? I return to what für deine... So, Moment jetzt, ne? Der ist jetzt ja einfach wieder abgezischt, ne? So. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir das überleben hier alleine. Ey, was? Warum legt der das jetzt nicht alleine ab hier? Das geht mir auf den Nerven. Hallo? Hallo? Irgendwie... Okay. Keine Ahnung, was passiert, Leute. Keine Ahnung. Was ist da los? Noch eine Ratte zu mitnehmen? Ratte to go? Hallo? 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 Oh mein Gott, okay. So. Hier gibt es sonst nichts mehr. Wie das aussieht, ne? Wie das aussieht, ne? Wie das aussieht? Wie ist es? Was war das, Mann? Ja, klar! 70 vielleicht, oder? Können wir bitte da hingehen, bitte?